So, aber jetzt können wir weitergehen. Ich weiß nicht genau, wie ich es geschafft habe. Ich bin irgendwie rübergekommen, da oben drauf gelandet und hab dann nochmal Rest-Klick gedrückt und dann war ich hier. Und ja, wo geht's denn jetzt hier lang? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh man, ich mach die Uhr mal wieder an. Momentchen, einmal mein schönes Passwort eingeben. Und starten, yeah, okay. Okay. Okay, da oben und dann zack. Oh, achso. Oh, achso, ich bin mit Abwand gestürzt. Äh, so geht's wohl nicht. Da hinten, oder? Ja. Ich weiß es, ich muss so ein... Da... Ein Dreieck springen, praktisch. Na, guck mal, ob das klappt. Ja, es hat geklappt. Und hier? Das ist jetzt blau. Okay, 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 okay. Oh, ja, ja, ja. Hmm. Weißt du? Ne. Guck mal, ob das reicht. Ja, komm, ganz gut bis jetzt. Noch einmal, wow. Ja, 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 und hier ist wieder eine Tür, yeah. Und wir sind wieder in einem anderen Abschnitt. Oh, ja, ja, ich hab's überlebt. Ich bin ja auch ganz falsch gegangen. Aha. Das ist also... Mysteriös. Hier können wir zwar drauf springen, aber wir können nicht drauf gehen. Okay. Hey, what the fuck? Aha. Mal gucken, ob uns das weiterhilft. Ne, wir sind nicht weit genug nach oben gekommen. Hey, hey, hey. Ja, warte mal kurz. Da stehen wir auch nicht drauf. Okay, weil dann weiß ich, wie wir es machen. Einfach so was zu sagen. Hey. Ja, ganz knapp hier. So geht's jetzt, dann können wir schon werfen. Ich hoffe mal, es wird irgendwie... Komm jetzt. Oh man, oh man. Nee, das hat nicht geklappt. Scheiße. Hm, ah no. Okay. Dann wieder. Fuck. Komm schon. Lass es mir... So, das war knapp. Das sollte jetzt aber reichen, oder? Ja. Das reicht. Äh. Man, und ich hätte es nicht, ich hätte nicht nochmal werfen sollen. Gut, das ist jetzt... Nee, der ist nicht hoch genug gewesen, schade. Ich glaube, das ist jetzt. Das heißt, ich bin gespannt. Ich hoffe nur, ich bin den richtigen Weg gegangen. Ja, was gibt's hier? Was gibt's hier zu holen? Da muss ich irgendwie außen machen. So, unten war es? Nee, da unten gibt's nix. Komm ich dafür jetzt sogar rüber? Hm. Das ist, glaube ich, schwer, oder? Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, oh Gott, da bin ich mit dem Ohr an zum Mikrofon gekommen. Ja. So. Dann da hinten nochmal. Ah, da kann ich nicht hin. Die Tür geht nicht auf und ich kann das nicht hinwerfen, weil dort eine graue Mauer. Ist das schade. Da muss ich ja hinspringen. Jetzt ist die Tür auf, aber ich muss hier ausmachen. schnicker, 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 schnicker. So, es hat nicht geruchelt oder so, das war nur, ich musste einmal kurz die Kamera, nein nicht die Kamera, die Aufnahme unterbrechen, für ein paar Sekunden, um eine Frage zu beantworten. Ah, das wird knapp, das sollte klappen, ne, ja, das sollte klappen, das klappt, und noch eine Tür, yeah, rein da, ab die Post, so, noch ein Raum, ich frag mich, wie viel es eigentlich gibt. схgematet schreit schreit Okay, jetzt ist die Tür. Oh. Und ich bin grad ein bisschen konzentriert und deswegen bin ich immer so spärlich am reden. Ich geh mal mit mir so, dass die Beine... So. So wollte ich das, ja. Okay. Und die sind massiv hier, oder was? Wir sind massiv, darauf können wir gehen. Was war denn? Ah, geschafft, jeb. Da müssen wir doch irgendwie ankommen. Na komm schon. Okay, jetzt sind wir drüben und können wir auch nochmal hier rüber. Wir sind drüber gekommen und, warte mal, sind wir von hier nicht gekommen? Nee, sind wir nicht. Hm, wo müssen wir hin? Ich hab' ein bisschen hier rüber. Das mal aktivieren und dann machen wir es so. Hm. Hm. Malala. 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 Aber eine Zeit, wenn doch wurde ganz funktioniert, hat das auch eine große Abgrund drin. eller das ist vielleicht und da ausgedacht wird? Ich hab' das jetzt? Mit hochsprengen. Ganz genau. ich hab das okay nicht schlimm von jetzt kommen wir sowieso für besseren ja geil aber von hier können wir es nicht schaffen ja, wir kommen an, wir kommen an, wir kommen an das war vielleicht, das wird aufregender, ein neuer raum noch ein neuer raum an dem wir aufpassen sollten, weil die ersten sich schritten mehr glück als verstand und wieder zurück im spiel wow aber das ist ein scherz ach so ich sehe, da ist kein boden ich dachte grad so, hm na, komm so an ne, so kommen wir nicht gern schare schare, schare, schare schare, schare, schare schare, 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 schare 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 so ich weiß worauf die fucke ist So, und was gibt's hier? Na, nach unten und wieder nach oben. Ne, ich hab's doch noch unten und wieder nach oben. Sollte noch klappen. Glauben wir noch nicht. Und durch und... Ah! Scheiße. Und durch und wieder zurück. Hm. Oh, Mann. Kann man das hier vielleicht irgendwo machen? Herbe kaum. So. So geht's. Schöne Bilder hier. Porträts von hundeähnlichen gestalten. Sehr süß. Hm. Oh, what the fuck? The last steps seem eternal. The light is blinding. I'm on top of the tower. Ich bin an einem Berg. Ich bin an der Spitze des Berges. Alleine. Stop to look below. So. The silhouette is lying in the grass. Da liegt eine Silhouette im Gras. I throw her the spear. Ich hab ihr den Swer zugeworfen. Tchuuu. I throw me the spear. Sphere. Ich hab mir den Swer zugeworfen. Hm? Wie geht das denn? Hm. Moment. Ah, anscheinend ist das Spiel schon vorbei. Gut, das war der zweite Part. Von Swer und auch damit der letzte. Ich werde es hochladen. Ihr könnt es euch ansehen. Ihr könnt es bewerten. Sagt mir, wie ihr es gefunden habt. Falls das Spiel noch fortgesetzt wird und ich bekomme es mit, dann sag ich euch Bescheid und dann werden wir diese wundervolle Fortsetzung dann sicherlich ausspielen. Mir hat das Spiel wirklich Spaß gemacht, auch wenn es nur kurz war. Und von da auch sage ich jetzt Tschau und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei einem kleinen Mini-Projekt.